Ich frage mich wirklich, wirklich warm. Ein Flüchtling kommt zu uns und sagt, er braucht Asyl sogar. Aber dann, aber dann, aber dann, schaut es an. Jetzt hat er Asyl bekommen, dann. Jetzt fährt er wieder dorthin, wo er hergekommen ist. Ach ja, das kann doch nicht sein. Er ist verfolgt und auch so weiter, ja. Er kam her und sagt, er braucht Asyl, ach ja. Kriegt Asyl ausgewiesen, ja. Dann fährt er wieder heim und daheim. Du, da leben wie wir immer, ja. Das kann doch nicht sein, das ist kein Flüchtling, ja. Das war ein Wirtschaftsflüchtling, ja. Und Wirtschaftsflüchtling soll zu Hause bleiben, ja. Das kann das doch nicht sein, ach ja. Die kommen alle her und sagen, sie brauchen Asyl, ach ja. Haben sie Asyl bekommen, ja. Dann fahren sie wieder heim und daheim. Sagen Ruhe und geht's auch gut, ach ja. Wir haben ja das Asyl bekommen, ja. Trägen viel Geld und Geld und Geld, ach ja. Jetzt kann ich zu Hause bleiben, ja. Und da zu Hause lebe ich wie ein Fürst mit dem Geld, ach ja. Ja, das kann das doch nicht sein. So ist es wirklich, ja. Ob du es glaubst oder nicht, ach ja. Solche Sachen gibt es wirklich, ja. Ja, und auch so viele, so weiter, ja. Was macht der Staat? Was macht der Staat der Zeit? Was der andere will doch hier haben.